JoeKatioTV Herzlich Willkommen zu JoeErkältungsTV. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen entschuldige ich meine nasale Sprachweise. Ich hatte natürlich jetzt in der Erkältungszeit ein bisschen Zeit, mir etwas zu überlegen oder mal wieder meinem süßen Hunger nachzugehen und ein bisschen experimentiert. Und ich habe eine super simple, aber sehr effektive, super geile Post-Workout-Recovery-Geschichte gefunden, die hundertprozentig paleokompatibel sind und die einfach mal der totale Süß-Hunger stillt. Ganz einfach, ihr nehmt eine Banane oder zwei oder fünf, dann habt ihr eine Schüssel mit Kokosraspeln und diese stülpt ihr dann einfach da rein. Und fertig ist das ganze Ding. Das ist weniger als zehn Sekunden und ihr habt sofort einen super geilen Snack. Ihr ballert einfach den ganzen Kokosraspeln da drauf, haut es da rein und los geht's! Absolut geil! Geht schnell, schmeckt hammer! Und die Stärke der Banane hilft der Recovery, sämtliche Kalium, Vitamine, alles Mögliche in der Banane drin. Ja, check die anderen Videos, abonniert den Kanal und bis bald! Cheers! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Das ist ja auch Momente gespart nurse. Experiment. Ich denke Posso mich.